So, liebe Leute, und jetzt ein Relikt aus längst vergangenen Tagen. Der Monster-Maschine. Der fährt noch immer. Und jetzt muss man sagen, er fährt eigentlich richtig klasse. Ich glaube, bei diesem Berg braucht man sich um die Sperren keine Sorgen machen, weil die sind sowieso da gesperrt. Aber ich glaube, er freut sich jetzt schon wieder auf seinen Einsatz mitten im Winter. Im Sulm-Ofer-Bereich, häufig tut er es auch wie geschaffen. Ich zeige dir, was er kann. Ja, und da gab es nicht. Nicht so. fahrt halt wie am ersten tag er ist verkehrt geschalten als der zweite der erste und umgekehrt wenn wir das licht wieder aufdrehen erodiant schon eine kohle kiste ich glaube ich muss da an der lenkung was verstellen nach rechts lenkt er weiter aus wie nach links ja dieses pomoga leider mit mein scherpern in der mitte höher und dann auch sperren technisch aber es ändert nicht wirklich was dann ist und bleibt eine kohlekiste okay ja 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 ja